Wurzelbehandlung. Was Sie als Patient darüber wissen sollten. Wenn ein Zahnnerv abgestorben oder ein Zahn stark zerstört ist, steht man als Patient vor der Frage, soll ich den Zahn ziehen lassen oder soll er durch eine Wurzelbehandlung erhalten bleiben? Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Alternativen? Hier bekommen Sie die Antworten. Es gibt mehrere Gründe, warum ein Zahnnerv absterben kann. Unter anderem eine tiefe Karies, ein Stoß gegen den Zahn, eine chronische Überlastung beim Zusammenbiss oder Risse im Zahn. Das Gewebe im Inneren des Zahnes, die sogenannte Pulpa, reagiert auf schädliche Einflüsse zunächst mit einer Entzündung. Der Zahn wird empfindlich gegen Kälte, Wärme und Berührung. Manchmal schmerzt er auch heftig. Irgendwann stirbt die Pulpa ab. Das kann mit starken Schmerzen einhergehen oder völlig symptomlos verlaufen. Oft erkennt man abgestorbene Zähne daran, dass sie auffällig dunkel werden. Diese Verfärbung wird durch zersetztes Blut im Inneren des Zahnes hervorgerufen. Nach einiger Zeit bildet sich um die Wurzel des toten Zahnes eine Entzündung im Kieferknochen. Sie verläuft meistens symptomlos und ist nur auf dem Röntgenbild zu erkennen. Diese Entzündung kann die Gesundheit gefährden. Schädliche Bakterien und deren Gifte werden über die Blutbahn im gesamten Körper verteilt. Dort können sie unter anderem das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose, Gelenkentzündungen und Diabetes erhöhen. Die Entzündung kann auch jederzeit akut werden. Kiefer, Wange und Lippen schwellen stark an. Der Patient bekommt Fieber und teilweise heftige Schmerzen. Spätestens jetzt muss er sich entscheiden, ob der Zahn gezogen oder mit einer Wurzelbehandlung erhalten werden soll. Wird der Zahn entfernt, muss er durch Zahnersatz oder ein Implantat ersetzt werden. Das verursacht teilweise hohe Kosten und die Behandlung kann sich über mehrere Monate hinziehen. Deshalb entscheiden sich viele Patienten dafür, eigene Zähne mit einer Wurzelbehandlung zu erhalten und dadurch Geld und Zeit zu sparen. Hier kommt es aber sehr darauf an, wie die Wurzelbehandlung durchgeführt wird. Normalerweise liegt die Erfolgsquote bei nur 40 bis 50 Prozent. Das heißt, maximal 5 von 10 Zähnen bleiben langfristig erhalten. Viel erfolgreicher ist die Behandlung durch einen sogenannten Endodontologen. Das ist ein spezialisierter Zahnarzt mit entsprechender Fortbildung, Erfahrung und Praxisausstattung für Wurzelbehandlungen. Deshalb liegt die Erfolgsquote beim Endodontologen bei über 90 Prozent. Wenn Sie mehr über die moderne Wurzelbehandlung wissen wollen, auf unserer Website können Sie sich einen kostenlosen Ratgeber für Patienten herunterladen. Unsere Praxis ist spezialisiert auf Wurzelbehandlungen. Wir führen Sie nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit modernsten Methoden und hochwertigen Materialien durch. Möchten Sie Ihre eigenen Zähne erhalten und sich Implantate und Zahnersatz ersparen? Dann vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin.